Einzelmeister, vier Damen im Herren, SA-Klasse, in Nullmahl, Samstag, 7. Mai 2022, Gruppenphase bei den Herren und das letzte Gruppenspiel von Matze Matthias Danzer, TV Hügelstein, gegen den Altmeister Peter Angerer. Und ein kleiner Hinweis, Peter Angerer hat im Spiel zuvor schon eine Verletzungspause genommen, irgendwas ist angeblich mit irgendeiner Mistelpartie nicht mehr in Ordnung, aber Vorsicht, er hat es da geschafft, den Gegner so aus dem Rhythmus zu bringen, dass er dann überhaupt keinen Ball mehr getroffen hat. Und es ist leider bei den Führern, kein Einzelfall. Gut, er ist nicht mehr der Jüngste, eventuell sogar der Älteste hier in der Halle, I-50 oder so. Fischgepackner Bayer, Bayerischer Meister letztes Wochenende geworden. Also, mal gut drauf achten, was da jetzt so passiert. Das hat sich der Matze Tanzer, so hat es auch sein Vater, ihm erklärt, muss sein, ganz schnell zu spielen, das Spiel ganz schnell zu machen. Dann dürfte Peter Angerer noch dazu mit leichten Verletzungsproblemen hier nicht ganz groß auftrumpfen. Momentan sieht es schon ein bisschen danach aus, als würde er ihn erstmal einlöllen wollen. Eine ganz verliebte Praktik bei ihm, so zu tun, als würde man das Spiel gar nicht mehr gewinnen. Aber das sind alles nur Vermutungen, ich will da niemanden Unrecht finden, gar nicht den Peter Angerer, ich bin ja ein ganz großer Fan. Das ist eben genau die Situation, erst zwei, drei Mürfchenbälle und dann zwei, drei Granaten, sodass der Gegner natürlich kaum in den Rhythmus kommen kann und vor allem mental auch immer hin- und hergerissen ist. Was kann ich da noch erwarten, was kommt da noch? So, eine kurze Gastvorstellung von Petrus Samba Kidis und wir sind wieder auf Sendung. So, eine kurze Gastvorstellung von Petrus Samba Kidis und wir sind wieder auf Sendung. So, eine kurze Gastvorstellung von Petrus Samba Kidis und wir sind wieder auf Sendung. So, eine kurze Gastvorstellung Vielen Dank. 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 Komm. ... 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.